Borderline-Persönlichkeitsstörung und selbstschädigende Verhaltensweisen. Schädigen bzw. verletzen sich alle Menschen mit Borderline selbst? Tja, die Antwort auf diese Frage lautet ganz klar Jein. Nun, zum einen ist es natürlich ein Vorurteil, dass alle Menschen mit Borderline sich selber schädigen würden. Insbesondere dann, wenn mit Schädigung selbst Verletzung in Form von Schneiden oder Ritzen gemeint ist. Und natürlich, nicht alle Menschen, die sich selber schädigen, sind Borderliner. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass selbstschädigende Verhaltensweisen ausschließlich und exklusiv bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung im ICD und DSM als eigenständige Diagnosekriterien aufgelistet sind. Nicht als ein Muss-Kriterium, das die Diagnose gestellt werden darf, aber als ein eigenständiges Kann-Kriterium. Und so müssen wir anerkennen, dass diese selbstverschädigenden Verhaltensweisen im Hinblick auf Borderline zumindest eine besondere und gewichtige Rolle spielen.